Gibt's nicht ein Lied mit diesem Titel? Keine Liebe mehr, weil ich sie nicht verdiene. Als ob ich sie jemals kennengelernt hätte. Doch. Doch, ich hab sie kennengelernt. Hm. Hallo, Schatz. Wie war die Eröffnung? Da ist deine Post von gestern. Im Büro hab ich dich nicht erreicht. Und hast du ein paar Bildchen verkauft? Ich hab bei Hermanns Marktwert verdoppelt. 9,5 das Bildchen. Kann er sich keinen Künstlernamen zulegen? Ist doch besser für den Verkauf. Hermann ist sein Künstlername. Ja, genau. Untertitelung des ZDF, 2020